Wenn ich lösche, durchlösche, Rivella Rot, hier mit Schnalz, hier ohne Rivella, der auch, der auch, der macht aus Fischen Würst. Das hier ganz etwas anderes, das ist das Hotel Atlantis in Zürich von aussen, hier sehen wir es von innen, das ist die Heidi-Darstellerin Katja Polettin mit ihrer Privatlehrerin während der Dreiarbeit zum Heidi-Film. Hier nochmal das Heidi, das mal ist es allein, oder? Wenn wir näher hergehen, sehen wir beide Heidi.